Einen wunderschönen guten Tag liebe Trainer und herzlich Willkommen zu einer Videoausgabe in der Kryptosektion der Formation Stata. Heute ist Mittwoch, der 24. April 2019 und Kryptonauten. Bitcoin hat es tatsächlich geschafft, diese Konsolidierung bullisch aufzulösen. An meinem Plan, was ich im letzten Video euch vorgestellt habe, hat sich allerdings nichts geändert. Denn ich hätte euch gesagt, nur im Falle, das Fall ist das Bitcoin, hier eine richtig schöne lange Konsolidierung machte, würde ich mir Gedanken machen, ob ich hier eine Longposition aufbauen will. Und ja, ich muss sagen, ich habe über Ostern sehr, sehr, sehr viel Zeit mit meinen Kindern verbracht. Und wenn ich mal zwischendurch Zeit hatte, ich konnte es dann nicht lassen, habe ich mir mal angeguckt, was es sonst so für Bitcoin-Videos auf YouTube gibt. Und ich fand das schon amüsant, das war dann nämlich so, hier ist ein aufsteigendes Dreieck. Ich kann nur sagen, wer der Herr ist, der Herr heißt glaube ich The Mood. So, aufsteigendes Dreieck, warum heute eine massive Bewegung bevorsteht. Ich bin so, okay, wenn er das sagt, dann kommt heute eine massive Bewegung. Dann kommt keine massive Bewegung, dann macht er am nächsten Tag noch ein Video. Und dann sagt er, warum sehr bald eine massive Bewegung vor der Tür steht. Ist schon amüsant. Und deswegen waren es schöne Ostertage, um das so ein bisschen aus der Entfernung anzugucken. An meiner Strategie hat sich aber nichts geändert. Also ja, man könnte meinen, hier ist ein aufsteigendes Dreieck. Nur, guck mal, das aufsteigende Dreieck, ich mache es mir jetzt mal einfach. Das aufsteigende Dreieck, was hier so in einer kleineren Zeiteinheit so gezeichnet wurde, lässt diesen Schatten raus. Dann kann man sagen, ja guck mal, das ist tief, das ist höhere tief, das ist höhere tief, das ist gleiche hoch und dann kommt der Ausbruch. Okay, nur habt ihr halt diese Welle. Wenn ich es ausblende, würde ich sagen, so ja, nicht wichtig. Ich würde es nicht ausblenden, weil dieser Spike viel Volumen hatte. Wenn der Spike kein Volumen hätte, würde ich sagen, ja, nicht wichtig. Ist aber wichtig. Erstens. Zweitens. Hätte ich euch schon vorher gesagt, oder hatte ich das nur bei uns in der Kryptokommandozentrale, unseren Mentoschülern gesagt, ich finde ja, dass Bitcoin in einem Trendkanal ist. Und guck mal, der nimmt hier diese Horizontale raus, da kann man sagen, steigt doch. Okay, wenn ihr Daytrader seid und Zeit habt zwischen 23 Uhr abends, Entschuldigung, wenn ich lache, und 5 Uhr morgens da was zu checken, okay, alles was recht ist, das ist eigentlich genau die Zeit, in der ich schlafe. Ansonsten, Widerstand, 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 Unterstützung, Unterstützung, Unterstützung. Das heißt, wir laufen hier nach wie vor in einem Trendkanal. Nur on top, im letzten Video, da hatte ich euch gesagt, Leute, wisst ihr was? Ich weiß nicht, ob der Bitcoin-Preis die Kraft haben wird, hier diese 5,7 rauszunehmen, also den Schatten dieser gesamten Konsolidierungsphase oder ob der Bitcoin-Preis möglicherweise auch bis hierhin laufen wird. So auf Schlusskursbasis, so hier diese Zone auf 6.100. Also bleibt er jetzt hier hängen oder nimmt er das raus und läuft da dahin. Und deswegen hatte ich euch gesagt, wisst ihr was? Ich würde nur aus der Konsolidierung raus traden, wenn er sich richtig lange Zeit lassen würde. Dann würde ich sagen, wisst ihr was? Es gibt eine größere Wahrscheinlichkeit, dass er das rausnehmen kann. Wenn er vorher losläuft, dann gibt es für mich nur eins. Buenos Dias, Messias, auch wenn es dir nicht passt, du bist Gast hier, du fasst hier nichts an. Um es mal mit einem Oldschool-Rap zu sagen. So, für mich gilt also das Motto, du bist Gast hier, du fasst hier nichts an. Und wenn ihr sagt, ja, er tradet zu wenig. Also, ich trade Bitcoin nicht. Wir haben Gold-Short, wir haben Euro-Dollar-Short, wir haben Aktien auf der Long-Seite. Ich möchte nach dieser, salopp gesagt, fetten Kerze mehr Konsolidierung sehen. Ansonsten besteht die Gefahr, ich sage nicht, dass das so sein muss, dass hier jetzt nur noch so die Kleinanleger kaufen und kein institutionelles Geld reinkommt. Wenn ich mir den Chart angucke, der Ausbruch hat auch kein Volumen gehabt. Kann das also dazu führen, dass der Bitcoin-Preis in Richtung 6000 und 6100 steigt? Ja, kann das. Und bedeutet es zwangsläufig, dass man das da traden muss? Nee, weil ich hier, das weiß ich nicht, ob er das rausnehmen kann oder nicht. So, Punkt, fertig. Wenn ihr zu mir sagt, ey, Amit, guck mal, hier, Rums und Rams, das ist doch stark, von mir aus. Und wenn ihr sagt, der kann doch weitergehen, der wird weitergehen. Also, mark my words. Ihr werdet hier nicht eine solche Stange kriegen. Ihr werdet so eine Stange nicht kriegen. So und dann so und dann so und not gonna happen. Also, die Wahrscheinlichkeit ist extrem gering. Das heißt, im aller, 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 aller optimalsten Falle passiert folgendes. Das, was ihr hier habt, das setzen wir da dran. Und das wäre so geil. Ich erlaube mir heute mal richtig salopp zu sein. Weil der Mark dann aus einer richtig langen Konsolidierung tatsächlich, da würde ich tatsächlich sagen, okay, jetzt kann er das rausnehmen. Und vielleicht könnt ihr euch da dran erinnern. Ich habe euch, als wir so im Bereich von 4000 waren, gesagt, ich erwarte eine mehrmonatige Konsolidierung. Und dann wird der Markt aus der Konsolidierung entweder weiterfallen oder steigen. Hat ja nicht gepasst, sondern die Konsolidierung kam dann nochmal 600 Dollar tiefer. Und dann ist er nach oben oder unten. Bedeutet, ja, kurzfristig kann Bitcoin weiter steigen. Der kurzfristige Trend ist lang. In einer kleineren Zeiteinheit gibt es Trading-Möglichkeiten. Wenn, dann würde ich sagen, eher am unteren Rand des Kanals. Den Ausbruch aus dem Kanal würde ich persönlich nicht traden, weil wir in den Widerständen reinlaufen und ich warte ab. Ich gucke es mir an. Ich lasse ihn machen. Und selbst, wenn der jetzt hier richtig stark durch diese Zone durchgeht, dann habe ich diese Welle nicht. Die Wahrscheinlichkeit, dass er dann nochmal zu dieser Zone zurückkommt, ist extrem groß. Und deswegen, wenn ihr sagt, nichts Neues erzählt. Jein. Ich habe euch Folgendes gesagt. Ich bin immer noch cool. Und ich warte immer noch. Und ich würde durch diese Zone nur nach einer richtig langen Konsolidierung. Was ist eigentlich mit Short? Short, also ich kann euch mal ein Szenario nennen, was mir gefallen würde. Und der Markt bleibt ein paar Tage hier oben hocken. So. Und dann fällt er durch. So. Ups. Ich habe es doch nicht geschafft. Kommt hier runter und wenn er dann wieder zurückkommt, dann würde ich mir da Gedanken machen, ob ich hier nicht den Markt verkaufen will. Es käme darauf an, wie er fällt und wie er zurückkommt. Aber dafür habe ich echt viel Zeit. Das heißt, Bitcoin. Nochmal, ich bin Gast hier. Ich fasse hier nichts an. Wir hatten eine wunderbare Trading-Möglichkeit bei Litecoin auf der Long-Seite gehabt, was wir getradet haben. Es hat uns sehr schöne Gewinne beschert. Und ich hatte euch das auch in der letzten Ausgabe gesagt. Ich hatte ja hier unseren Mentoschülern gesagt, Leute, 96 ist Short. Haben wir eine Limit-Order drin gehabt. Und der ist in der Spitze auch schon um 27% gefallen. Das war die größte Bewegung bei den Top 15 Coins. Was man gesehen hat, sowohl wenn man sich Short und Long anguckt die letzten Tage. Und jetzt gerade für mich, ich harre dir Dinge, die da kommen. So. Jetzt möchte ich, dass ihr mal am Ende des Videos schreibt, ey, da ist ja nicht mal Google-Werbung bei deinen Videos. Das ist ja wirklich Null-Werbung. Das gibt es ja gar nicht. Was für eine geile Geschichte. Wisst ihr was, Kryptonauten? Wenn ich teilweise über Monate ausgebuchte Programme habe, wie das zum Beispiel im Frühjahr war, und über zwei Monate Videos mache, und nicht einmal über irgendein Produkt von uns spreche, dann ist es nicht Top-Kommentar, Alter, das ist ja total geil, hier ist ja überhaupt keine Werbung drin. Aber wenn ich dann anfange zu sagen, hey Leute, wir haben ein geiles Produkt, das müsst ihr kennen, das ist genial. Kommt, ihr kriegt Geld zurück, ihr könnt das ein Jahr lang nutzen, ihr könnt es ein halbes Jahr nutzen, und ihr kriegt danach sogar euer Geld zurück. Und so weiter und so fort. Dann fragt ihr, die Werbung ist ja so nervig. So, jetzt. Heute Top-Kommentar. Geiles Video ohne Werbung. Und wisst ihr was, Kryptonauten? Das ist das, was ich mir wünsche, was ich euch wünsche. Ist selbstverständlich. Und wie immer, dass Kryptos nicht nur zum Mond und zum Mars steigen, sondern zum Planeten Kirotte, das ist im Planetensystem Myare, irgendwo ganz, 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 ganz weit weg. Hauptsache Kryptonauten, ihr alle bleibt gesund und glücklich. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.